Am angenehmsten lebt es sich in einem schönen Zuhause. Sauber, gepflegt und im Grünen vielleicht. Deshalb kümmert sich die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS, nicht nur um die Wohnung, sondern vor allem auch um die Umgebung. Denn ein wichtiges Ziel der Stadtsanierung ist, Grünflächen in den Stadtvierteln zu schaffen oder zu verbessern. Vor zwei Wochen wurde das Programm wohngrün.de dem Stadtrat vorgestellt. Ziel der Stadt München ist die Verbesserung privater Freiflächen in zwei neuen Sanierungsgebieten. Als städtischer Sanierungsträger ist die MGS seit 27 Jahren in Heidhausen und im Westend aktiv, um die Wohnqualität zu erhöhen. Neben der Modernisierung von Gebäuden geht es vor allem darum, mehr Platz und Grün zwischen eng bebauten gründerzeitlichen Wohnblocks zu schaffen. Baufällige Schuppen oder Rückgebäude werden abgebrochen. Die gewonnenen Flächen können wieder genutzt und neu gestaltet werden. Auch private Eigentümer sollen motiviert werden, in den Wert ihrer Immobilien zu investieren. Einer von ihnen ist Fritz Hubert, der Eigentümer eines Wohnhauses im Sanierungsgebiet Heidhausen. Er informierte sich bei der MGS und erfuhr von der Möglichkeit, seinen Hof mit finanziellen Zuschüssen der öffentlichen Hand zu gestalten. Der gelernte Architekt machte selbst den Planentwurf und stimmte ihn mit der MGS ab. In dem Hof ist eine grüne Oase für die Mieter entstanden. Alle Hausbewohner fühlen sich nicht nur wohl, sondern auch verantwortlich für die Pflege und Erhaltung. Man frühstückt hier gelegentlich, nicht immer. Nachbarkinder schlupfen durch ein Loch im Zaun, das wir bewusst dafür freigehalten haben. Und benutzen die Schaukel oder unsere Buhlbahn, auf der wir gerade stehen. Die hat nicht die olympischen Abmessungen, aber ist trotzdem für Buhl geeignet. Die Landeshauptstadt München hat das erfolgreiche Programm unter dem Namen wohngrün.de für die Sanierungsgebiete Innsbrucker Ring westlich und Tegernseer Landstraße Chiemgaustraße weiterentwickelt. Auch sehr große zusammenhängende Flächen, die im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften und Eigentümergemeinschaften sind, können gefördert werden. Die gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG GEWOFAK, Eigentümerin einiger Siedlungen im Bereich Ramersdorf und Berg am Laim, ist bereits gestartet. Das grundsätzliche Anliegen ist eigentlich, dass wir die Lebensqualität und das Wohlbefinden unserer Mieter erhöhen möchten. Wir wollen das Zusammenleben angenehmer gestalten. Das hat nicht nur für den Mieter Vorteile, sondern auch für uns als Wohnungsbaugesellschaft. Marion Eschenbacher, Ansprechpartnerin und Beraterin bei der MGS, begleitet die Interessenten von der Idee bis zur Umsetzung. Gefördert werden vor allen Dingen Kinderspielplätze, gefördert werden Begrünungsmaßnahmen, gefördert werden auch die Begrünung der Fassadenflächen, gefördert werden Abstellplätze für Mülltonnen, Fahrradabstellplätze und so weiter etc. Schriftliche Informationen können bei der MGS oder über die Aktionswebsite www.wohngrün.de abgerufen werden.